Hi, Axel hier. Willkommen zum neuen Video hier auf Landwork und in diesem Video möchte ich kurz das Thema Microsoft Teams Einführung, wie man das am besten macht und welche Phasen sollte man da betrachten, was heißt betrachten soll, also kann und wie macht man das am besten, damit man quasi so wenig wie möglich Probleme hat, den Nutzen sehr schnell bringt, aber gleichzeitig Struktur reinbekommt für die Einführung, so dass Mitarbeiter Schritt für Schritt quasi da eingeleitet und mitgenommen werden und man am Ende hoffentlich ein erfolgreiches Projekt hat. So, generell Microsoft Teams hat meiner Meinung nach zwei, ja verzeihe ich, ich sage mal so zwei Phasen. Einmal die erste Phase ist die Phase der Kommunikation, der sowohl das Audio- als auch Videokommunikation, Nachrichtenkommunikation, Chats und so weiter. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase, die natürlich nochmal spannende Phase ist, die sehr viel Benefit und einen neuen Ansatz und komplett andere Sichtweisen daneben reinbringt, ist die Collaboration. Also die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern, Partnern, Dienstleistern, externe Mitarbeiter und so weiter, ja. Das heißt, die Kollaboration sieht da anders aus. Es geht da um Datenaustausch, es geht um aktive Zusammenarbeit in einem Projekt, in einer Abteilung, in einem Team. Es geht darum, aktiv automatisierte, digitalisierte Services, digitale Formulare, digitale Listen innerhalb von Microsoft Teams zu verwenden. Um kurz einfach mal ein bisschen Einblick für Sie zu haben, kleine Demo, was meine ich damit eigentlich? Ich gehe mal kurz auf unsere Demo-Umgebung, Testumgebung und zeige, was mache ich mit Phase 1 und was meine ich auch mit der Phase 2. Vielleicht da am Rande hier und da mal ein paar Tipps. Ich wechsle mal kurz in die Umgebung, sodass ich in die Runden rechts in die Leiste komme und Sie meinen Bildschirm sehen. So, das machen wir mal weg. Das brauchen wir nicht. So, das brauchen wir auch nicht. Das war eine andere Demo. Und zwar, ich habe jetzt Microsoft Teams hier auf und innerhalb von Microsoft Teams habe ich ja verschiedene Möglichkeiten standardmäßig. Wenn man einen, also hier mein Unterschied, wenn man eine hybride Umgebung hat, bedeutet, man hat die On-Premise-Struktur, also zum Beispiel eher Active Directory, was sie im eigenen Rechnungszentrum vorhanden ist, dann sieht das etwas hier wahrscheinlich im ersten Moment ein bisschen anders aus. Natürlich, wenn man das eigene Active Directory-Umgebung quasi dann Richtung Azure desynchronisiert hat und die User dann natürlich auch dort vorhanden sind, dann ist das nochmal eine andere Sache. Und plus, natürlich ganz wichtig ist, ist das Thema Mail-Verkehr. Ja, das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine Exchange-Umgebung und Premise hatten, dann müssen Sie natürlich eine hybride Umgebung schaffen, auch eine Exchange-Technik, damit Sie vielleicht zum Beispiel die Kalenderansicht, die Microsoft Teams haben, dann müssen Sie das Gleiche sehen, was auch im Outlook da ist. Um zum Beispiel auch Meetings zu haben und Free-Busit-Zeiten zu sehen und so weiter. So, das ist aber nur am Rande natürlich wichtig. Desutrotz, Sie sehen, wie gesagt, hier verschiedene Kacheln, die man dann hat. Ein paar Kacheln gehören zu der ersten Phase meiner Meinung nach und der anderen eher zu der zweiten Phase. Also nochmal zur Erinnerung, erste Phase Kommunikation untereinander, also Nachrichten austauschen, Meeting starten, einander anrufen, per Video oder per Audio ist egal. Und die zweite Phase ist die Collaboration, also die Zusammenarbeit. So, okay, wie sieht das denn aus? Also, was meine ich in der ersten Phase? Man möchte vielleicht in der ersten Phase sagen, okay, ich möchte nicht, dass User zuerst schon Daten ablegen können, Teamräume erstellen können, wie man Lose-Laune hat. Das führt zu verschiedenen Problemen meiner Meinung nach, zu verschiedenen unkontrollierten Datenwachstum, weniger an Mengen an Daten, sondern auch unkontrolliert einfach und wo werden Daten abgelegt, was halt nicht so praktisch ist. Also, die Phase erstmal die Kommunikation an sich, dass man mit einem Mitarbeiter etwas austauschen kann, keine Ahnung, hier ist zum Beispiel ein Mitarbeiter, das heißt keine Ahnung, also Mitarbeiter, das heißt Technik hier, das schreibe ich zum Beispiel mal, Hallo, mein Bester, ne? So, da wird das gesendet. Ich habe ein Bild im Rumba geschickt oder ein PDF, eine Datei, die er dann sieht und empfangen kann. Was braucht man mit einem Background? Hier ganz wichtig ist ein Background, dass zum Beispiel ein paar andere für Business aktiv sein muss, damit dieses Service überhaupt funktioniert, ne? Weil die Daten halt dort abgelegt werden. Das ist so ein Tipp am Rande. Kann man aber auch verhindern, je nachdem, wie man Lust und Laune hat. So, das ist die erste Sache. Die zweite Sache, ich möchte mit dem User-Techno-Team, mit einem User, ein zu eins Kommunikation halten, indem ich ihn anrufe. Also, ein Audio-Anrufstart über Microsoft Teams. Das wird angerufen. Techno Tier 02 ist zurzeit nicht verfügbar. Der ist nicht verfügbar und wenn er nicht verfügbar ist, der User, dann habe ich die Möglichkeit, eine Voicemail zu hinterlassen. Und wenn ich eine Kamera habe, das ist jetzt eine Demo-Umgebung, eine Virtual-Demo-Umgebung, da habe ich die Kamera-Funktion nicht zu verfügen. In einer normalen Umgebung, wo ich über meinen Laptop meine Desktop-Client habe, dann habe ich auch die Möglichkeit, meine Kamera zu teilen, wenn ich eine habe, natürlich, um hier einfach eine Videokonferenz durchzuführen mit denjenigen, dass man sich gegenseitig auch sieht. Ich habe natürlich die Möglichkeit, auch Teambesprechungen zu starten. Ich mache hier meinen Testkalender auf. Das sind verschiedene Test-Einträge, so ein paar, die man hat, wegen der Testumgebung. Hier habe ich die Möglichkeit, eine neue Besprechung zu planen, also ein Meeting mit anderen, mit vielen Leuten gemeinsam, um Microsoft Teams ein Telco zu haben, ein Projekt zu besprechen, was auch anfällt, eine Konferenz zu halten, ein Meeting halt nur virtuell über Microsoft Teams. Das ist auch Teil der ersten Phase. Was gehört noch zu der ersten Phase? Natürlich das Thema, ich habe bestimmte Applikationen, die Microsoft Teams nutzen möchte, wie zum Beispiel Tasks, also Aufgabenplanung. Ich möchte einen Pläner nutzen, um im Unternehmen gemeinsam Planungen durchzuführen, um Aufgaben zu verteilen. Ich möchte Applikationen nutzen, Apps nutzen, die ich hier aufrufe. Das sind natürlich auch eine Menge Apps. Meiner nach gehört, dass diese App-Applikation kann zum ersten Teil gehören, kann auch sehr stark in die Phase 2 reingehen, wo man sagt, ich möchte gar nicht, dass erst mal Apps genutzt werden. Und wenn, dann nur ein paar Standard-Apps. Das würde ich erst mal im Unternehmen auch besprechen. Das ist oft das Thema, was im Coaching, was braucht man denn überhaupt? Wie gehen sie da ran, dass sie die auch ausschalten können? Die Planung der ersten Phase ist da ganz wichtig. Was möchte man wirklich in der ersten Phase haben? Und manche Kunden bevorzugen natürlich, dass man ein paar Apps nur nutzt. Die anderen sagen, ja, es reicht mir schon in der ersten Runde, wenn ich chatten kann, welche Dateien schicken kann, und wenn ich Meetings, also wenn die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, Meetings zu starten. Gut, schließen wir kurz die erste Phase mal ab. Das kann man ziemlich weit ausbreiten, muss man sich Gedanken darüber machen, aber wäre zu viel für dieses Video einfach. Dann haben wir das Thema zweiter Phase. Und in der zweiten Phase geht es darum, die Collaboration. Und die Collaboration ist eigentlich, einer der größten Buttons für die Collaboration ist das Teams. Also Microsoft Teams, Teams, oder ich nenne sie einfach Räume, Teamräume. So, die Teamräume sind mehr dazu gedacht, Collaboration durchzuführen. Was kann ich in so einem Teamraum denn tun? Ich kann diverse Kanäle anlegen, und Kanäle sind dafür da, Informationen abzulegen. Gut, welche Art Formation könnte es sein? Es könnte sein, Informationen wie zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel eine Abteilung. Für diese Abteilung habe ich ein Team erstellt. In diesem Team sind die Mitglieder der Abteilung enthalten, die dann mitarbeiten sollen. Okay? Ich habe zum Beispiel eine Teilung Marketing, und in Marketing ist Kanal Ablage. So, in der Kanal Ablage habe ich verschiedene Möglichkeiten, etwas zu tun. Das habe ich auch in allen Kanälen ziemlich gleich. Ich habe die Möglichkeit, Dateien abzulegen, also Word-Dokumente, PDFs, was auch immer, in diesem entsprechenden Kanal. Und auf diesen Daten können automatisch die Mitglieder hier drauf zugreifen. Ich habe dort Services, da sind diese Registerkarten, wenn die genannt, auf Deutsch. Und in den Registerkarten habe ich die Möglichkeit, Service zu integrieren, also Applikationen, Apps hier rein zu integrieren, so dass die innemischen Kanal nutzbar sind. Mit dem Rechten, die ich selber als Person habe. Ich kann hier digitale Formulare einbinden. Ich zeige mir einmal ein paar, zum Beispiel digitale Störungsmeldungen. Dazu gibt es auch ein Video bei uns auf YouTube, wie man Störungsmeldungen digital abbildet, um Microsoft Teams. Aber zum Beispiel Services, wie eine automatisierte, kontrollierte, und einheitliche, standardisierte, und eine automatisierte Teams-Erstellung. Das heißt, wenn ein neues Team da ist, wer darf es beantragen, welche Fragen werden gestellt über ein digitales Formular. So ermöglicht man eine Team-Erstellung eigentlich für jeden Unternehmen. Man hat sichergestellt, dass es vorher genehmigt werden muss. Automatisiert und digitalisiert Genehmigungen von Microsoft Teams. Und am Ende des Teams so abgelegt wird, wie man das einheitlich festgelegt hat im Unternehmen. Okay? Hier werden natürlich sehr stark die Unternehmensanforderungen angewandt. Ticketsystem, ich möchte ein digitalisiertes Ticketsystem ganzheitlich in Microsoft 365 haben. Also, mein PC geht nicht, weiß ja jeder nicht. Ja, ich kann irgendwo nicht zugreifen. Berechnung fehlt mir irgendwo. Ein standardisierter, also wirklich ein Ticketsystem für die Endanwender, die einem ein Ticket aufgeben möchten. Dann das Thema Urlaubsanträge digitalisiert und Boring-Prozesse, also von neuen Mitarbeitereinstellungen digitalisiert, nachverfolgt, Homework-Anträge, also generell verschiedene IT-Services, IT-Prozesse, die als IT-Service angeboten werden und Geschäftsprozesse, die als IT-Service angeboten werden, die komplett über Microsoft Teams nutzbar sind. Und das sind natürlich ganz, ganz viele Aspekte der Collaboration. Das heißt, Zusammenarbeit, Kalender, Meetingsplan innerhalb von Teams kann ich natürlich sagen, ich brauche jetzt ein Allgemein, ich möchte eine Besprechung planen hier für den Kanal. Die Mitglieder werden aufgenommen und die wissen, worum geht es eigentlich um das Thema. Wer mehr über Kanäle wissen möchte, einfach mal YouTube suchen, bei uns in unserem YouTube-Kanal, sage ich mal. Dort finden Sie auch diverse Videos zu Microsoft Teams und da erkläre ich das Thema Kanäle, wie man sie am besten gestaltet in der Struktur hat. Genau. Und darum geht es also wirklich die Collaboration untereinander, Datenaustausch in meinen Teamsräumen. Und hier geht es wirklich um aktive, effiziente Zusammenarbeit, neue Denkweisen, verbesserte Prozesse, bestehende Prozesse, neu angewandt, modern Workplace. Das ist das Thema, was sich in der Microsoft Teams bewegt, wo man Applikationen hier einbindet, die dann quasi diesen Service abbilden, den man braucht, um schnell miteinander und aktiv arbeiten zu können, Projektmanagers zu betreiben und so weiter. Ja, zum Beispiel Phase 1. Was ist Phase 2? Vielleicht haben Sie ein paar Inspirationen mitgenommen. Ich hoffe ja. Wenn ja, also freue ich mich riesig über einen Daumen hoch und ich freue mich riesig über Kommentare. Wie sehen Sie das? Wie haben Sie es vielleicht angewandt? Wo stehen Sie vielleicht? Vorausforderungen stehen Sie vielleicht? Und gerne an den Kanal abonnieren, wenn Sie es getan haben, dann kriegen Sie immer wieder Informationen, wenn neue Videos von uns rauskommen. Ansonsten nicht vergessen, unten in der Beschreibung stehen noch diverse Informationen zu verschiedenen Artikeln, nützlichen Artikeln zu diesen Themen, die ich besprochen habe und unsere Kontaktdaten. Falls Sie mal Fragen haben und Unterstützung wünschen, gerne unterdaktieren. Wir helfen Ihnen sehr gerne und hören uns auch die Anforderungen an, die Sie überhaupt haben. Ansonsten viel Spaß, viel Erfolg und bis nächstes Mal. Das war Alexei, Ihr Coach und Trainer für Microsoft und die Anforderungen zu unterstützen gehen. Bis dann. Ciao.